katholiketische gegend wie geht es um tequila raiden alle mitkommen ich meine hier kommen wir eben das hat mega bock gemacht vielen dank für den geilen stream wir sehen uns morgen hoffentlich wieder alle mitkommen hier was ist da los hier leute sechs leute sieben leute bei mir steht noch nicht mal dass ich online bin so wie viel spaß ich habe ich habe hier ein bier in hellen bock in der hand jetzt ist es ehre ehre oh leute ich habe was heute ist mein aliexpress paket angekommen was war denn drin piratur neue frisur bin mir nicht sicher ja ok ok immer in meinen stream channel alle auf meinen channel der jungen hauptsache ihr seid vor mir hier not happy hallo 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 einen wunderschönen guten abend jo dann tschau ich mach das schon jo justin hau rein hat bock gemacht mit dir freu mich dass du auch wieder am start hast du da bist mollenhafen hau rein vielleicht können wir morgen noch früher wieder mal gucken hau rein justin machs gut reden bruder auf jeden fall jo gerne ja ich hab auch kaum ja wird später sicher mal mehr kommen oh danke für den follow brudy das ist der beste dankeschön justin vielen vielen dank hab ich euch erzählt dass ich noch ein wo wo nur am ehre ich hatte bei der jungen erfolg bei der war irgendwie drei Minuten mit den jungen bekamen ähm np thanks brudy thank thank ähm not happy später kommt auf jeden fall kein super mario maker stream hihihi ich muss dann aber auch schade schade oh ich bin schon level 55 was da los oh ich muss noch das level voll machen damit ich prestige bin echt echt lächig ja ja ok wenn du bei ihm auch lächst dann wahrscheinlich ja bei mir steht sprach chat aber einfach frei naja ist klar dass da ein paar lächst ne gehts jetzt jetzt soll das eigentlich wieder gehen ja wunderbar so jungs ähm luam zockst du denn jetzt mit ja 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 viel spaß mit Call of Duden moderne Rechtschreibung 4 das ist doch geil einfach Call of Duden moderne Rechtschreibung danke danke achso ja genau ähm fast vergessen mein AliExpress Paket ist angekommen ja Moment Moment wie findest du eigentlich mal einen Ehren ähm Emote der ist super Luca ich habe auch einen Ehrenfrau Ehrensack 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 eh Ehrenfrau ich kann ja immer alle reinstecken wir gehen alle mit Ehre Geil ähm Spiele seit einem Tag BO4 auf der Instagram ist macht so Spaß ja Call of Duden ich finde es macht mega Spaß wirklich ein chilliges neues Shirt alter und ne chillige neue Cap Rudi oh damn ach nicht nicht die äh Kiki I Love You Cap das äh ne die ist noch nicht da aber ich zieh mir ja das andere Shirt an Moment was hast du bestellt Moment bin gleich wieder da Moment bin gleich wieder da ja ja ich habe das Spiel gestartet und würde ich dich jetzt eben einladen das Spiel seit einem Tag Black Ops 4 auf der X und S macht so Spaß ja ich muss sagen das Spiel macht wirklich extrem viel Spaß ja bitte senden bitte senden hab ich doch gemacht hab ich gemacht ähm weiter genau not healthy bis irgendwann jawoll dann sehen wir uns bald irgendwann dann heute auf ihrem Kanal heute auf ihrem Kanal Modenshow Killerspiele und so sind wir alle bereit habt ihr alle eure Klassen erstellt keine Ahnung keine Ahnung keine Ahnung das 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 passt so muss das sein so ich bin bereit ich hab nur kurz meine Reservekiste mhm 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 Peratour was steht denn zur Auswahl ähm Fortnite PUBG Minecraft Fortnite, PUBG, Minecraft und Tetris 99 Tetris 99 dann ein bisschen PUBG und dann ein bisschen Fortnite machst du Minecraft? schließt das auch so das? ja gut so Fortnite willst du mich verarschen oder so? hehehe hehehe man weiß ja ich man muss ja immer eine Kamera hinterbitten damit sie ernst machen hehehe das ist eigentlich verpasst also ich bin auf jeden Fall begeistert von der Xbox One X weißt du wieso? warum? ich hab angefangen Fallout runtergeladen äh runterzuladen und es hat einfach 170 MB pro Sekunde geladen ich hab innerhalb von 30 Sekunden ungefähr so 1 GB geladen kein Stress oh also ich find das WLAN äh vor allem noch mit WLAN egal was geht ab ich war gerade sehr überwältigt also ich dachte mir so lull ist der WLAN Stick äh so schlechter beim Computer? hehehe oder sind die Microsoft Server einfach nur krass? fun fact stick hier mein Computer ne hab mit WLAN die schlechteste Verbindung in der ganzen Wohnung hab ich noch nie so was schlechtes zu sehen aber mit LAN funktioniert alles einfach frei nur WLAN läuft gar nicht an der Computerstelle kein Scheiß ist komplett broke du kriegst keine Verbindung rein absolut so richtig schlecht so richtig schlecht wie willst kein kein 20er Daumen aus dem Befehl da Luan Luan bist du gut? hat 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 das ich hab kein Interface das ist das ist ja das ist Hardcore da ist mein Interface war die Frage verloren bist du gut? das gehörst du hat die Kinder auch so oh mein Gott ich bin am am spawnen ja ich bin gut ich hab einen verloren ach so shawleyboy als wir dachten dass ich meine ähm ähm meine drei Headshots gemacht hab war das nicht so ich habe nur zwei gemacht mir hat noch einer gefehlt jetzt also mir fehlt immer noch eine ich habe 99 headshots aber ich brauche 100 spawner hat sich gewechselt das stimmt doch gar nicht ich dachte spawnen würde sie jetzt wechseln ja aber wir spielen gerade hardcore team der hat kommen da gibt es keinen interface da ist es aus bei dem spielmode ich habe einen headshot gemacht ich habe roten tiger streifen freigeschalten was machst du gerade ja warum one shotten sie mich alle ja weil das hardcore ist ja meistens schon ich bin im haus so während dem desktop pc wlan benutzt frist auch kleine kinder Vielleicht mal wieder ne Runde Dead in Vinland, Gruppen überleben vor allem scheiß und dann tot durch Depressionen. Beide Interessen. Respawn-Zeiten ist ja auch nicht mehr mit der Marke deutlich. Das Game ist irgendwie mehr Rennen zu schnell, es geht auf die Gegner und Fall um, kaum Taktik. Ne, das ist Hardcore gerade, deswegen. Das ist da ein bisschen anders. Oh nein, ist von oben. Vor allem bei der Map. Oh nein. So, jetzt ist der Tor noch ein bisschen zu leise. Der Spawn fährt mich wieder. Ja. Passiert. Luan bist du gut? Ich hab keinen Interface. Ich hab keinen Interface. Ja, aber ich hab jetzt keinen. Ja, natürlich nicht. Da haben wir alles. Da haben wir alles. Nein, jetzt wurde ich geholt. Vor allem zum Raids-Mod. Ja. 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 No, ich hab einen Schloss gemacht. Squad macht shooter-technisch eine Menge Spaß. Nur kannst du das außerhalb von Feierabendzeiten vergessen, weil das fast nun die Eltern genereizung zu spielen. Dafür aber auch angehen im Community. Alles super Jungs, ich hoffe bei euch auch. Natürlich Hunter. Bei uns immer. immer 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 beste leben auch von hinten team hat ja jetzt gibt's gewischt was ja hätte ich schon mal wieder lust auf einen schönen multiplayer-shoot für einen planet side 3 meinen dritten arm hergeben Deutschland Südamerika Nordamerika oder Russland ich würde ich alles hergeben was das geht deutschland auf jeden fall war Norwegen oder deutschland nicht von dem hier würde ich russland auswählen allein wegen den gliedern ja ich nicht ich nicht also perra tour frickt wegen was anderem glaube ich ich weiß ich weiß wofür aber das kann man mit der kämpfe wieder antwort nur wegen ist die antwort nur wegen ist immer die antwort weil ich habe die roten tigerstreifen so was muss denn als nächstes machen erreichen sie zehn weitschussmedaille mit unfriede okay kein problem erreichen sie 50 abschüsse mit unfriede ohne aufsätze okay dann entfernen 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 ohne aufsätze was noch 50 abschüsse mit aufsätzen was auch mit fünf aufsätzen okay dann erreichen sie fünf mal zwei schnelle abschüsse und beide abschüsse mit unfriede und erreichen sie fünf mal fünf abschüsse abschüsse ohne zu sterben und alle über abschüsse mit unfriede okay mir fehlen noch zwei headshots ja bald wieder modern warfare mit euch gesuchtet jungs ja mann bald bald jahrgebiete als auf die sowjetische stärke wakanda was man da jagen kann ist heute nicht mehr legal ich sehe schon worauf der mann genau spielt stahl wird mit stahl geschärft stahlbindigern gesundheit niemand bullshit stahl wird mit stein geschät also ich spiel nur mit pistol gerade ich hab keine arme was für eine waffe hab ich bin falsche den checkst du mal ab ne große ich hab auch immer noch große waffe bei mir kommen die gegner von hinten was gehen wir ab weiter geholt guter mann noch niemanden geholt ah gestorben schon wieder nur am sterben gerade nehmen wir diese aber ich hab schon zwei tags eingesammelt oh boah hab ich den gerade gesehen was hat schorni da gerade gesagt das schöne in russland 20 meter im wald gehen direkt bären spulen so ist das ja das nennt man natur in russland die gute nature russland die gute nature russland dann haben wir ihn geholt und dann haben wir ihn geholt von zwei leuten oh ja oh schon wieder dieser scharfschützen heli alter ja und die jag fack ich in echt gehst du 200 meter in den wald und findest 82 besoffenen und einen politischen gegner so ungefähr ja wahrscheinlich ach das gibts ja nicht oh fack ey also manchmal sind die maps echt zum kotzen also die also die ja die spawn aufteilung und so ja ich bin jetzt schon ganze zeit das macht keinen spaß du musst one shotten bruder so muss das sein wieso nicht du musst inhuman reaction haben bruder ja äh alle geilen auf diese tags lol feindliches scharfschützen nest nähert sich feindliches einsatzteam wird eingesetzt mach ich nicht du kannst dich auch irgendwo hin campen und warten bis einer vorbeikommt und den dann abknallen easy taktik das mach ich nicht technik technik luam dann komm folg mir mal wo bist du denn bleib mal hier ich weiß nicht wie du heißt wie taktikla das ist der einzig wahre name taktikla und wo sind sie ja ich folge ihnen am trulu trulu oh da hab ich sie nicht getroffen ne loll das stirbt noob oh no oh loll das stirbt noob gleich mal sniper dann wirds besser dann wirds besser dann wirds besser im einsatzgebiet entdeckt bär voraus oh ich hab ne mate geholt ups nimm mir diese ultimates nein 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 ey ey warum wie mach ich das aus ey der stirbt nicht ach das war ein spezialanhalt ja die sind irgendwie stream lag teilweise echt hart echt warum wieso weshalb warum wieso weshalb warum naja tatsache bei mir steht bei mir steht null ausgelassene frames und hä ist so ein bisschen als ob das game mit 5 fps läuft ahja ok interessant das sagt ihr mir jetzt nachdem ich irgendwie schon so 20 minuten gestreamt hab leute ok ich sehs gerade im moment lol woran liegt denn das jetzt das ist ja strange oh nice CPU ausgelastet? na eigentlich nicht wartet mal ich starte mal kurz Call of Duty neu weil anscheinend spackt glaub ich mein Call of Duty da komm Luca lass mal lass mal lass mal rausgehen oder? ja einfach noch immer ja du musst jetzt fangen hm ja aber ich hier ist nicht mein Gegner nicht ja Hubschrauber ja dann lass mal aus der Runde rausgehen damit ich wieder einladen kann jetzt ist alles wieder flüssig ist nur wenn das game läuft ja ok komisch starten wir das game nochmal neu oh sweet oh sweet lungenflügel rechts und links durchgeschossen bärchen kam von etwa 10 meter weit geliebter vollmantel Peratur was genau äh spielst du da gerade? wild hunter oder? ausschließend wird es irgendwie discord er spielt äh the hunter call of the wild ahja 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 die graka läuft die letzten zwei Tage hat das Problem das funktioniert ja eben es funktionierte alles einwandfrei schau wir mal ich hab jetzt einfach Call of Duty mal neu gestartet so schauen wir mal was das Spiel jetzt sagt ich bin zuvor wieder da die Uhr her springst fertig dieser Moment die Uhr er springt fertig haha achja haha was machen wir jetzt wenn Moritz den schönen Und zwar? Keine Ahnung, wenn Luam irgendwas drückt, dann spielen wir das, was er drückt. Was? Shawnee Boy? Der ist kurz weg. Ah ja. Erst wenn ich drück... Wenn der Shawnee Boy auf suchen drückt, dann könnten wir auch was suchen so. Da bin ich. Los geht's. Und? Jawoll. Was suchen wir denn jetzt? Ja, ist die Frage. Hardcore Moshpit? Hardcore Moshpit kann ich einstellen. Ja, den hab ich. Perfekt. Lu haben wir eine kleine Info am Rande. Wir spielen Hardcore Moshpit, weil ich mit der Pistol viele Kills machen muss. Und mit der Pistol One-Shot zu machen, ist halt sauer entspannt dann. Geht das halt alles viel schneller und einfacher. Naja, er muss nicht Kills machen, sondern er muss Headshots machen sogar. Ja, eben. Also ich hoffe, das läuft jetzt flüssig. Das habe ich auch. Irgendwie vor Call of Duty Modern Warfare läuft gar nicht, weil es halt noch anspruchsvoller wird. Also ich frage mich jetzt echt, woran das gelegen hat. Luca, ja fragt man sich natürlich immer, woran das Hütter gelegen hat, ne? Aber ich sag mal, woran das gelegen hat, ist auch nicht mal das wahre. Was haben wir da gerade in einem Stollen? Zigaretten. Aber Bruder, immer wenn du suchst, finden wir nichts. Da geht doch. Was haben wir da gerade in einem Stollen? Zigaretten. Du hast auch schon scheiß Internet, natürlich. Ich? Ja. Excuso ma. Excuso ma. Ich habe probably das beste Drehort von uns allen. So, ich muss erstmal per Tour sein. So eine Nachricht erlauben. Warum? Ein Rentier weniger. Warum? Verstehe ich jetzt nicht. Warum muss ich das erlauben? Ein Rentier weniger. Rentier. 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 Ein weniger. Hä? Hä? Wie kann das bitte irgendein Ausdruck sein? Wenigr? Wahrscheinlich bei Rentier. 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 Hä? Hä? Keine Ahnung, was da twitch sich dabei denkt. Auf englisch vielleicht irgendwas? Nee, Rentier. Rentier? 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 Wenigr? 1 Rentier. Wenigr? 1 Rentier. Wenigr? Wenigr? Ich. Luam. M. Mu. Streich mal das W. E. Aaaaah. Ok. Ok. 0. Muss. Platz. 1. M. 2. 2. 2. 4. 2. 2. 5. 5. 1. 2. 2. 2. 3. 2. 2. 3. 2. 3. 2. Private當然alom. Vielen Dank.